Hi meine Lieben! Ja, ich war ja vor kurzem in Straßburg shoppen in Frankreich und ja, es ist klar, dass jetzt ein Haul kommt und ich muss sagen, es war schon ein bisschen stressig dort, weil plötzlich alles abgesperrt war und irgendwie, als wir schon ankamen, war es ein bisschen komisch. Ja, es liefen so viele Leute rum, was heißt viele, aber so vier, fünf auf jeden Fall, das war so militärsmäßig und hatten dann diese Gewehre, oder wie nennt man das? Ja, so, es sah aus wie im Krieg, also irgendwie ganz seltsam und die liefen da und marschierten da schon rum und ich dachte mir, oh okay. Und als wir dann mit der U-Bahn und da hinfahren wollten in die Innenstadt, ging es nicht, war alles abgesperrt, umso weiter man runterkam, umso mehr war da abgesperrt und es ging nicht weiter. Und wir mussten dann auf Englisch uns ein bisschen durchfragen und das Lustige ist, ich bin ja schon ein paar Mal dort drüben gewesen in den letzten Jahren und ich kann selber kein Französisch, aber Englisch, das geht gerade noch. Und ja, auf jeden Fall können die gar kein Deutsch zum Großteil, also immer mehr, wenn ich da öfter rübergehe, umso schlimmer wird es eigentlich. Und Englisch wollen sie auch nicht reden, ist sehr interessant und wenn dann nur so ein bisschen was komisches. Und wenn man nachfragt, dann sagen sie ja, aber dann stimmt es doch nicht, also ganz, ganz seltsam. Sogar von einem großen Kaufhaus habe ich so einen Security-Typ angesprochen und der meint auch so, er kann kein Englisch. Okay, naja gut, wir fangen an mit Stradivarius, das ist ja so die Tochterfirma von Zara, aber der Stradivarius verändert sich, finde ich. Also er ist nicht mehr so wie früher, er ist nicht mit Zara vergleichbar, sagen wir es mal so, er ist mehr so der neue H&M. Ja, also Zara ist ja so ein bisschen edler und ein bisschen schicker gemacht und das ist der Stradivarius gar nicht mehr so. Und ja, also ich würde ihn eher mit H&M auf jeden Fall vergleichen. Und ich habe mir dort eine Bluse gekauft, das ist so eine Art Jeans-Bluse und die hat halt so süße Permutknöpfe und vor allem hier oben so Spitze. Und das ist eben so eine schwarze Spitze und die geht einmal rundherum. Und dieses Ding hat jetzt knapp 26 Euro gekostet. Die gab es auch nochmal in so einem normalen Jeans-Ton und dann war das oben hier weiß. Das sah eigentlich auch ganz hübsch aus, aber ich wollte das mal in dieser Variante. Und das ist ja sehr sommerlich gemacht, ohne Ärmel. Aber ich habe mir gedacht, wenn man so einen dünnen, schwarzen Pullover drunter zieht, dann würde das bestimmt auch noch gut aussehen, so für den Herbst. Ja, und dann musste die mit. So, dann sind wir halt ein bisschen rumgelaufen, bis wir mal dieses Einkaufshänder gefunden haben. Hat es ein bisschen gedauert und dann sind wir auch erst an dieses andere gekommen. Durch Zufall eigentlich. Und da gab es New Look. Und das war ja schon so peinlich in New Look. In meinem Follow-me-around habe ich es auch erzählt, kurz. Wir haben da eingekauft und an der Kasse hatte ich halt mit meiner Freundin geredet. Und habe gleichzeitig bezahlt und habe dann nicht gemerkt, wie ich hier an meinem... Ich weiß immer noch nicht, wie sich das nennt hier. Dieses Gelenk hatte ich halt diese eine Tasche, die ich kaufen wollte, dran. Ja, ich bin dann halt rausspaziert damit. Ich habe mein Zeug eingekauft und dann mit ihr raus. Und ja, es hat nichts gepiept und so und dann sind wir raus. Und dann meinte sie so, ach, ich habe ja gar keine Tüte für meine Tasche gekriegt, ob ich das so wollte. Und ich denke so, oh mein Gott, ich habe die Tasche noch da hängen. Ich habe die nicht bezahlt. Ja, dann haben wir kurz überlegt und haben gedacht, oh Gott, wenn jetzt jemand kommt, so ein Hausdetektiv oder irgend so was. Und wir kriegen dann Ärger oder speziell ich halt. Oh Gott, das wäre mir so arg gewesen. War mir eh schon arg. Dann bin ich da wieder rein, habe halt auf Englisch den zugequasselt, ja, wie hier, ich da rausspaziert bin und habe es nicht gemerkt. Und ja, war dann alles kein Problem. Ach, die Tasche zeige ich euch gleich mal am Anfang. Oh, die hat eine wahnsinnig tolle Tasche. New Look hat immer die schönsten Taschen. Das ist so ein bisschen wie bei Primark dort. Ja, finde ich super schön. In meinem Follow-me-around seht ihr da noch ganz viele andere Taschen. Die hat jetzt knapp 25 Euro gekostet. Finde ich super, super schön. Ich liebe solche Taschen in diesem alten Schuh-Look-mäßigen. Dann habe ich da noch ein paar andere Sachen gekauft. Unter anderem so ein Pullover. Ich liebe ja auch so grau-meliertes Zeug. Habe ich ja auch schon ganz viel, aber kann ich aufhören, das zu kaufen. Weiß auch nicht. Ja, so ein Pullover hier. Extra ein bisschen Oversize gekauft. Die war noch enger geschnitten irgendwie. Ich wollte die ein bisschen lockerer haben. Der hat jetzt knapp 18 Euro gekostet. Und ich finde dieses Muster halt so schön. Das ist grau mit ein bisschen Silber. Je nachdem glänzt das auch ein bisschen. Finde ich sehr hübsch. Dann habe ich mir noch einen Cardigan gekauft. Der aber auch ein bisschen größer ist. Den gab es nicht mehr kleiner. Also der ist schon gut oversized. Wir haben da Größen bis über 50. Also die haben wirklich von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß. Das ist noch extremer wie beim Primark. So, Moment. Der hat so einen schönen Schnitt hier vorne. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Jetzt sieht man das nicht so richtig, ne? Wie so ein Wasserfallausschnitt oder wie sich das... Ne, nicht Ausschnitt. Quatsch. Aber hier dieses... Wie kann ich euch das am besten zeigen? Ah, hier seht ihr es vielleicht ein bisschen. Das geht so geschwungen nach unten irgendwie. Und hat seitlich diese Leder-Imitat-Ärmel. Das ist wie so ähnlich bei meiner Jacke. Oder auch viele andere haben diese Jacke auch. Die es bei H&M, bei Primark, bei Zara gab. Und dieses gute Stück hat jetzt 25 Euro gekostet. Aber ich fand den so schön irgendwie. Ist mal ein bisschen was anderes. Dann habe ich mir noch Schmuck gekauft. Die hatten ja auch wahnsinnig viel Schmuck. Also ich finde schon, New Look ist so der Primark irgendwie da drüben. Ja, ich habe da auch Statement-Ketten mir angeschaut. Aber irgendwie war mir das dann doch zu viel und so. Und dann habe ich mich jetzt für eine längere Kette entschieden. Die so aussieht. Die, ja, so ein Dreieck ist. Und ich fand das ganz schön, wie diese Aufmachung hier ist. Fand ich mal, ist mal wieder was anderes. Und fällt auf, aber trotzdem nicht zu arg irgendwie. Ja, die hat jetzt 8 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch... Uh, ist so runtergefallen. Dann habe ich mir noch Ohrringe gekauft. Die ich auch super schön fand. Das sind so Dreiecks-Ohrringe. Die dann zwei Dreiecke haben. Und eins ist so gefüllt mit so einem schwarz-grauen... Ja, sieht ein bisschen so schlangemäßig aus. Fand ich ganz interessant. Hat mir gut gefallen. Und haben jetzt 5 Euro gekostet. Dann haben wir dieses Einkaufscenter endlich mal gefunden. Sind reingelaufen. Und dann auf einmal gab es so einen Laden, wo ich gedacht habe, das wäre eigentlich der Pull&Bear. Oder da war er auf jeden Fall früher drin. Und dann sah das ganz anders aus. Und das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Und dann sind wir da rein. Und dann war es total dunkel. Und dann kam so eine Beach-Musik. Und die ersten Poster oder was da auch immer war. Das waren so Beach-Boy küsst Beach-Girl. Und irgendwie sowas. Und dann kam auch so ein süßlicher Duft. Und ich wusste, aha, es wird dunkel. Ich bin wahrscheinlich im Hollister gelandet. Und dann waren auch schon die ersten Sachen da gehangen. Und man hat diese Schwalbe oder Möwe oder was auch immer das ist gesehen. Und meine Freundin meinte so, was ist das hier? Und ich so, oh mein Gott, das ist Hollister. Ich war noch nie vor in einem Hollister, muss ich zugeben. Das hat mich nicht so ganz interessiert irgendwie. Weil ich wusste, die haben mehr so sportliches Beach-Zeug. Und das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Wir sind einfach rein. Und sie meinte dann, sie war auch noch nie drin. Und oh Gott, wo sind jetzt die süßen Verkäufer, die oberkörperfrei rumlaufen? Und ich musste so lachen, weil ich ihr das mal erzählt hatte. Und irgendwie, ich glaube, eine Freundin von uns hatte mal das Zeug mitgebracht mit der Tüte. Oder irgendwie habe ich ihr das mal gezeigt oder sie hat es mal gesehen. Und ja, war super lustig. In der Zeit, wo sie das gesagt hatte, hat sich nämlich wirklich gerade einer umgezogen. War super lustig in dem Moment. Und ja, also die Kerle da, ich habe irgendwie keine Mädels gesehen, lustigerweise. Oder ich habe nicht darauf geachtet. Ja, das sind so Beach-Typen. Also wirklich so in Shorts mit so Hibiskus-Muster drauf und so Zeug. Und ja, war super lustig irgendwie. Und war ganz lustig, die anzuschauen, wie sie da so mitsingen und schwingen. Und war schon ein halbes Animationsprogramm dort. Aber es ist nicht so ganz meins. Also ich habe da nichts gefunden, sie auch nicht. Es war sehr teuer da drin. Das Einzige, was mir gefiel, war so eine weiße, nicht Weste, so Cardigan-mäßig mit Reißverschluss aber. Und stand hier California irgendwas drauf und hatte so Spitzenmuster seitlich, auch in weiß. Fand ich ganz hübsch, aber 60 Euro wollte ich dafür auch nicht ausgeben. Und vor allem habe ich so ein ähnliches Ding von Primark und dachte mir, nee, lass mal. Und ja, war halt mal wieder was anderes in einem Hollister diesmal. Und dann gab es auch noch Pull&Bear. Und Pull&Bear hat nicht immer so meinen Geschmack eigentlich. Und war dann überrascht, dass ich auf das hier gestoßen will. Dream On steht da drauf und ist voll mit Spitze. Also es ist eigentlich ein komplettes Spitzentop, wo ich mir auch super vorstelle. Mit Bandeau-Top drunter oder auch mit so einem Top. Und dieses Spitzenmuster ist einfach super schön. Und das hat jetzt knapp 16 Euro gekostet. Und ist eigentlich nicht so Pull&Bear typisch. Also die haben es ein bisschen sportlicher gehalten und so. Und ja, aber fand ich sehr schön. Hat mir gefallen, dass ich das jetzt auch gefunden habe. Dann gab es da drin einen Bershka. Und Bershka habe ich ja hier bei mir nicht. Also bin ich noch nie in meinem ganzen Leben in einem deutschen Bershka gewesen. Aber dort ist es auch ein bisschen komisch. Auch so auf, ich weiß nicht, viel mehr Print und so gesetzt. Aber auch immer, wenn ich da drin bin. Also ein bisschen kitschig. Das geht schon dezent in die Richtung Tally Whale. Aber nicht ganz so schlimm. Ich habe das hier gefunden. Das fand ich ganz schick. Da steht Happiness drauf. Fand ich es ziemlich süß. Ist vorne so geknotet. Und ja, ich habe gedacht, das kann ich vielleicht noch kombinieren mit einem schwarzen langen Top. Oder ich weiß nicht. Damit es auch für den Herbst tauglich ist. Und dass ich nicht so bauchfrei damit rumlaufe. Und ansonsten zu einer High-Waist-Shorts oder zu einem Rock oder was auch immer. Finde ich das ganz süß. War jetzt auch ganz günstig. Hat jetzt nur knapp 10 Euro gekostet. Da dachte ich mir, ja okay, nimmst du mal mit. Dann waren wir noch in einem Shop. Ich nenne das ja eher No-Name-Laden. Obwohl die alle so, ne? Indisch, Türkisch, Chinesisch, Asiatisch, was auch immer. Sind nenne ich No-Names. Wenn es da so billige Schuhe gibt, Handtaschen und die Sachen, ne? Gibt es ja öfter. Jetzt waren wir in diesem hier drin. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Und da gab es eben so auch alles mögliche. Und ich habe ein Kleid gefunden, was ich super schön fand. Also richtig toll. Und als ich durch den Laden gelaufen bin, haben auch mehrere irgendwas dazu gesagt, wie schön sie das finden und so. Und ich habe das, glaube ich, bei der Ischta gesehen. Ich glaube, ihr sah fast genauso aus. So sieht das Ganze aus. Das hat hier oben so Gummizug und hat so ganz kleine Einlagen drin. Also so dünne, damit das eben schön geformt aussieht. Man kann es auch ohne BH dann tragen. Und dann ist es so ein beigefarbenes Kleid. So ein langer Rock halt. Aber meins geht nicht bis ganz nach unten. Das hat hier nochmal so ein Rockding drin. Und ja, ist eben so geschnitten, dass hinten länger ist und vorne kürzer. fand ich super schön. Hat knapp 16, nee, 17 Euro gekostet. Und es ist halt auch so Spitzenmuster hier vorne. Super, super schön. Und ja, das war es dann mit meinem Haul. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.